Hallo Freunde, mein Name ist Julia und ich bin elf Jahre alt. Ich komme aus Malta und ich wohne in Saubal. Meine Lieblingsessen ist Pasta mit Weißsoße und mein Lieblingsgetränk ist Vassil. Meine Lieblingsfarbe ist Pulpul. Mein Geburtstag ist im 30. April. Meine Hobbys sind Lesen und Sansen. die Welt verteilt und in die Regel uns vergrüßt. Ich habe einen Valentiqué des Heißt-Claudes. Ich habe auch zwei Fischs, heißt Tjeit und Zoni. Das ist meine Familie. Hallo, mein Name ist Mario und ich bin 50 Jahre alt. Das war mein Vater, das ist meine Mutter. Hallo, ich bin Susanne. Ich bin 46 Jahre alt. Das ist meine junge Schwester. Hallo, mein Name ist Rachel und ich bin 10 Jahre alt. Das sind meine Großeltern. Hallo, ich bin der Großvater von Julia. Ich bin Steve. Ja, Nanna. Ja, obra ich rein. Ja, das ist dein Zimmer. Ja, Das ist sie mit mir zu tun. Ja, sie sind schon. Ja, ich habe nichts gelernt mit dir. Ja, Nanna. Ja, das ist sie drin. Ja, das ist gut. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ich bin der Gros-Moder. Mutter. 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 Na, Janneb da? Und lege Kompli, Kompli. Wie viel Kompli? Mein Gros-Mutter. Gros-Mutter. Eh. Von Julia. Von. Von Julia. Ich heiße? Hi, sieh. Hi, sieh. Sieh, sieh. Aha, sieh. Hier. Brav ihr, Nana. Brav. Das ist an der Ging. Kommando. Olha, ich probiere mich. Wie war das? Brav. Für mich ist das zu Facebook. Nein, ich bin, in Facebook ist das zu Facebook. Tschüss.